Herzlich Willkommen zu dieser freigesprochenen Einschlafmeditation. Bitte folge meinen Worten, lasse dich so gut es geht darauf ein und lasse einfach los. Deine Augen sind spätestens jetzt geschlossen. Diese Meditation ist berührt von Traurigkeit, aber auch Hoffnung und Fürsorge für dich. Lausche dem Klang meiner Stimme, grenze alle anderen Geräusche um dich herum aus, lasse dich fallen. Egal, was heute war, jetzt, in diesem Moment, kommst du zu dir. Lasse los immer mehr und mehr. Schwere Zeiten Lassen Kommen und Gehen Gefühle von Traurigkeit, Einsamkeit, Müdigkeit und Erschöpfung. Kommen und Gehen Nichts Absolut nichts bleibt, wie es ist, auch wenn es dir so vorkommen mag. Der Wandel der Zeit bringt Höhen und Tiefen. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig ein und wieder aus. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig ein und wieder aus. Du lässt deinen Körper für dich atmen und beobachtest, wie der Atem kommt und wieder geht, während du dich mehr und mehr auf meine Worte konzentrierst und auf diese Melodie im Hintergrund. Vor deinem inneren Auge stehst du nun vor einem riesengroßen alten Karussell. Ein wunderschönes, altes Karussell, auf dem Kinder normalerweise fahren und Spaß haben. Es ist hell beleuchtet und so schön, dass du am liebsten mit dem Karussell mitfahren würdest. Und es dreht sich und dreht sich und du versuchst es mit deinen Händen anzuhalten. Aber es geht nicht. Jeder Versuch scheitert. Atme ruhig weiter. Löse dich von diesem inneren Bild. Lasse deine Gedanken kommen und gehen. Gedanken und Emotionen kommen und gehen. Innere Bilder und Gefühle kommen und gehen. Innere Bilder und Gefühle kommen und gehen. Und wieder taucht dieses große, sich drehende, wunderschöne Karussell vor deinem inneren Auge auf. Und du stellst fest, dass es dein Gedankenkarussell ist. Deine Sorgen, deine Nöte, aber auch deine Freuden und jene Dinge, die du als gut bewerten würdest. Und genau dieses Gedankenkarussell dreht sich, ohne dass du es stoppen kannst. So erkenne, dass jeglicher Versuch, deine Gedanken anzuhalten, nur dazu führen wird, dass du scheiterst. Aus diesem Grund zähle ich gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, nimmt dich ein Windhauch, leicht wie eine Feder mit und hebt dich auf dieses Karussell. Auf irgendetwas wie ein Pferd oder ein Auto, du weißt, was ich meine, das mit guten Emotionen und Gefühlen verbunden ist. 1 2 3 Jetzt Völlig leicht wie eine Feder wirst du von hinten durch den Wind angehoben und getragen, wie zwei fürsorgliche Hände und sitzt nun auf diesem Spielgerät, auf diesem Karussell. Sei es ein Pferd, sei es ein Pferd, ein Auto oder was auch immer. Aber dieser Gegenstand ist mit positiven Gefühlen und Gedanken verbunden. Und du drehst dich jetzt ein paar Mal im Kreis auf diesem Karussell mit diesem Karussell und lässt den warmen, angenehmen Wind an dir vorbeiziehen. Und singst mit jeder Runde, die du dir auf diesem Karussell vorstellst, ganz langsam drehend, immer tiefer in die Entspannung. Immer tiefer entspannt fühlst du dich wohler und wohler. Du beobachtest die wunderbaren Lichte auf diesem Karussell und fühlst dich immer wohler und wohler. Und beginnst auch deine Gedanken mehr und mehr fließen zu lassen. Denn deine Gedanken dürfen kommen und gehen, sodass du mehr und mehr entspannen kannst, loslassen kannst. Völlig ruhig und gelassen nimmst du jeden Gedanken und jedes Gefühl, was da kommt, einfach an und lässt es sofort wieder gehen. Gedanken ziehen wie Wolken an dir vorbei. Tiefer entspannt werden deine Augenlider. Jetzt auch immer schwerer und schwerer. Immer schwerer werden deine Augenlider. Völlig ruhig und geborgen lässt du all deine Mühen, all das, was dich beschwert, einfach von dir ab. So dass du dich noch leichter fühlen darfst auf diesem wunderbaren Karussell, auf dem du wieder gute Gefühle zulassen darfst. Du wendest nun deinen Blick. Blick nach außen auf das, was sich außerhalb dieses Karussells bewegt, an dir vorbeizieht, während du dich mit dem Karussell bewegst. Und du stellst fest, dass auch hier Gedanken und Emotionen von dir, verbunden mit inneren Bildern, die nur gut für dich sind, an dir vorbeiziehen. Erinnerungen aus positiven Zeiten von Glücklichsein, Motivation und Stärke. Nur positive Gefühle lässt du jetzt noch zu. Und siehst deine Kraft aus all jenen Dingen, die du nun aus diesen Bildern und Filmen deines Lebens für dich aufnehmen kannst, die positiv und glücklich sind, die gut für dich sind. In tiefer Dankbarkeit blickst du auf die guten Dinge in deinem Leben zurück. Und sei es noch so schwer gewesen, so gibt es diese göttlichen Momente, diese Momente tiefster Erinnerung, die immer im Herzen bleiben, die auch nachdem es geschehen ist, nur positiv behaftet sind. Und ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen, siehst du projiziert, als sei eine Leinwand um das Karussell gespannt. Und du drehst dich mit dem Karussell und betrachtest diese Leinwand. All jene positive Dinge, die noch auf dich in deinem Leben zukommen werden. Dieses magische Karussell zeigt dir jene Wünsche und Träume, jene Idealvorstellungen, die du für dich in Zukunft wünschst. So wie es sein soll, damit du glücklich bist. Und du wirst aus diesen Bildern verbunden mit positiven und kraftvollen Emotionen für dich eine Stärke gewinnen und innere Ruhe, sodass du währenddessen du diese betrachtest, ganz gleich wie lange du diesen wunderbaren Zukunftsfilm betrachten möchtest, loslassen kannst und dich dann immer mehr in den Schlaf sinken lassen kannst. 1, 2, 3, jetzt zeigt dein Unterbewusstsein dein höheres Selbst, die auf dieser Leinwand gespannt um dieses Karussell dich stehen bleibt, während du mit diesem Karussell dich weiterdrehst. jene Dinge, die in Zukunft dein Leben bereichern werden, die große Motivation und Freude in dir auslösen. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020